Was sind das eigentlich für neue Mülltonnen? Hallo Kinder, ich bin's, der Hansi. Wenn du in letzter Zeit mit deiner Familie oder deinen Freunden über den Kaiser-Josef-Markt in Graz spaziert bist, hast du sicher schon die neuen Abfalltonnen der Holding Graz gesehen. Diese Sammelsysteme für Abfälle heißen Unterflur-Container. Und das Besondere an ihnen ist, sie sammeln deinen Abfall unter der Erde. Das heißt, dass man nur die Säule sieht, wo der Müll eingeworfen wird. Der Rest, also die Behälter, wo der Abfall schließlich landet, ist unter der Erde und daher auch für uns nicht sichtbar. Ein Unterflur-Container ist sehr, sehr groß und bietet viel Platz für Abfall. In einem Restmüllbehälter oder auch in einem Behälter für Papier- oder Leichtverpackungen passen zum Beispiel 5000 Liter. So viel, wie in einem Schwimmbad Wasserplatz hat. Unterflur-Container der Holding Graz kannst du auch in großen Wohnsiedlungen, wie zum Beispiel in der Faunastraße finden. Und da der Müll unterirdisch gesammelt wird, gibt es bei den Unterflur-Containern auch keine unangenehmen Gerüche. Wenn ein Unterflur-Container voll ist, hebt ein Kranfahrzeug den Behälter aus der Erde und entleert den Behälter, in dem der Abfall gesammelt wurde. Am Kaiser-Josef-Platz wird einmal in der Woche der Abfall abgeholt. Restmüll, Leichtverpackungen, Altpapier und Glasverpackungen werden dann einzeln herausgehoben und entsorgt. Halte deine Augen offen, wenn du das nächste Mal über den Kaiser-Josef-Platz spazierst. Bis zum nächsten Mal, euer Hansi. Frag den Hansi, eure Holding Graz.